Herzlich Willkommen! Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben in den letzten Folgen schon ganz viel zum Thema betriebliche Krankenversicherung gesprochen. Um es noch mal kurz auf den Punkt zu bringen, mit einer betrieblichen Krankenversicherung können Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer bestimmte zusätzliche Gesundheitsleistungen, Zusatzleistungen für ihre Beschäftigten abschließen. Die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung kennen das auch von privaten Zusatzversicherungen zum Beispiel. Die DBK geht aber beim Thema BKV noch weiter und bietet neben klassischen Zusatzversicherungen auch Gesundheitsservices über ein Gesundheitsnetzwerk an und zwar über Wir für Gesundheit. Deswegen sind wir hier heute zusammen mit Silvio Rahr. Schön, dass Sie hier sind. Silvio Rahr ist Geschäftsführer des Gesundheitsnetzwerks Wir für Gesundheit und er erklärt uns heute, was es damit überhaupt auf sich hat. Vielleicht starten wir einfach mal, was ist denn überhaupt ein Gesundheitsnetzwerk? Was können wir uns darunter vorstellen? Einen schönen guten Tag, ich freue mich heute bei Ihnen zu sein. Also Wir für Gesundheit müssen sich vorstellen wie eine Art Star Alliance im Gesundheitswesen. Es ist das größte trägerübergreifende Qualitätsnetzwerk von über 450 Partnerkliniken. Das gab es noch nie in Deutschland, dass sich ein Netzwerk zusammengeschlossen hat, was für die beste medizinische Qualität steht. Und das müssen alle Partnerkliniken nicht nur bei Beitritt, das ist natürlich eine Auszeichnung, sondern auch jährlich nachweisen, weil uns eben Qualität besonders wichtig ist. Qualität ist für uns keine Option, sondern eine Verpflichtung. Und das ist sicher auch das Besondere, was die Kooperation DBK und wir für Gesundheit auszeichnet, dass wir hier einfach sagen, wir sehen uns nicht nur als Versicherer, sondern als Partner für Mitarbeiter Gesundheit, für Arbeitgeber. Das heißt, DBK-Versicherte können Leistungen dieses Netzwerks in Anspruch nehmen oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist so. Im Kern ist natürlich die Pluscard, die wir gemeinsam entwickelt haben, eine betriebliche, ich sage immer, Krankenzusatzversicherung, weil man es noch ein bisschen besser versteht, dass es Add-on zur gesetzlichen Krankenversicherung eben durch den Arbeitgeber an den Mitarbeitenden gewährt wird. Aber es ist eben nicht nur eine Police. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den wir gemeinsam in der Kooperation leben, dass wir eben sagen, wir sind Partner und damit auch Kümmerer für das Thema Gesundheit von Mitarbeitenden, was Arbeitgebern immer wichtiger wird. Denn Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und wenn der Arbeitgeber für so ein Upgrade in der Gesundheitsversorgung sich engagiert, dann ist es natürlich toll, wenn dann, DBK, wir für Gesundheit auch an der Seite der Pluscard-Inhaber, Inhaberinnen sind und dann die beste Medizin, ob ambulant oder stationär, ermöglicht. Wenn Sie sagen Pluscard, was genau bedeutet das und welche Vorteile können jetzt auch im Speziellen die DBK-Versicherten daraus ziehen? Die DBK hat sich dazu ja entschlossen, neben ihren bisherigen Zielgruppen eben auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den Fokus zu stellen durch diese betriebliche Krankenzusatzversicherung. Das heißt, ich habe eben dann auch als Mitarbeiter einer Firma, und das geht von zehn Mitarbeitern bis unendlich offen, entsprechend die Möglichkeit, eine Art quasi Privatpatienten-Status zu genießen. Bei uns ist es eben so, es ist nicht nur ein stationärer Tarif, sondern es fängt schon viel eher an. Es geht eben um das Kümmern, um Managed Care. Managed Care, was genau können wir uns darunter vorstellen? Was heißt das? Sie kennen das sicherlich auch, wenn Sie beim Hausarzt waren und eine Überweisung bekommen. Und dann warten Sie teilweise lange auf einen Facharzttermin oder wählen ganz viele Praxen an, kommen nicht durch oder vielleicht erst nach vielen Versuchen. Und hier wenden Sie sich einfach an unsere Service-Hotline. Und dieses Team, was genau dafür sozusagen geschult und qualifiziert ist, kümmert sich innerhalb unseres Netzwerkes eben um die Expertensuche. Wer ist der richtige und beste Experte für die Fachfrage? Wie kann ich schnell einen Facharzttermin bekommen? Bei welcher kompetenten Stelle? Aber auch die Einholung einer Zweitmeinung ist für uns ganz, ganz wichtig. Weil Zweitmeinungen haben auch was mit Qualität zu tun. Nicht jede OP muss sein. Es gibt oftmals andere, vielleicht auch bessere Empfehlungen medizinisch. Und dann fühlt sich eben der Plus-Card-Inhaber, die Plus-Card-Inhaberin wirklich quasi wie ein Privatpatient. Ich komme ursprünglich aus der Hotellerie, ist zwar schon länger her, aber es ist wie ein Gesundheitskoncierge, der sich eben darum kümmert, wenn Sie Fragen oder Punkte haben, die Sie betrifft. Und ich glaube, nichts ist wichtiger als Werte heutzutage im Kampf um Fachkräfte. Da geht es nicht immer nur um Geld, sondern vor allen Dingen ist der Benefit, die Leistung mehr wert, als er eigentlich kostet. Und das alles ohne Gesundheitsprüfung, das ist für viele Mitarbeitergruppen vollkommen undenkbar und unerreichbar. Und genau das wollen Arbeitgeber damit eben auch erreichen, Fürsorg und Wertschätzung zu leben. Genau, und von all dem können ja dann auch die DBK-Versicherten profitieren. Die Kooperation zwischen DBK und wir für Gesundheit besteht ja auch schon länger, richtig? Ja, wir haben gemeinsam 2013 schon die Idee gehabt, 2014 haben wir das Netzwerk gegründet. Und die DBK war tatsächlich, ich würde sagen, die erste, die sich in diesem großen Feld betriebliche Krankenversicherung so innovativ positioniert hat. Sie hat von diesem Zeitpunkt diese Tarife überhaupt entwickelt, aber eben auch vieles neu gedacht. Und das ist wichtig. Vieles war für Arbeitgeber zu kompliziert, zu aufwendig, nicht flexibel genug. Und ich glaube, wenn man drei Worte sagen kann, die Tarife von DBK-Wir für Gesundheit, weil wir sehen uns immer als Eins, weil wir sind Eins, muss man sagen, die Tarife sind flexibel, einfach und wirklich sehr preisattraktiv. Ja, schön. Dann vielleicht abschließend einfach nochmal zusammengefasst. Wenn Sie jetzt die drei größten Vorteile dieser Kooperation oder die drei größten Vorteile von Wir für Gesundheit für DBK-Versicherte herausstellen müssten, was wäre das aus Ihrer Sicht? Punkt eins, Qualität. Also tatsächlich die beste medizinische Versorgung für den Pluscard-Inhaber, Inhaberin zu erreichen und zu ermöglichen. Und dieses An-der-Seite-Sein ist auch ein Gefühl von Sicherheit. Zweitens auf jeden Fall natürlich das Kümmern. Ich glaube, jeder freut sich, wenn man sich um einen kümmert und das wirklich in diesen schwierigen Phasen ist, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet. Und das Dritte ist, glaube ich, wirklich die Flexibilität. Wir lernen jeden Tag von Arbeitgebern, die eben auch unterschiedliche Pakete schnüren nach Betriebsfähigkeit, nach bestimmten Funktionen. Also wie gesagt, es ist so flexibel, wie der Arbeitgeber es eben passgenau braucht. Schön, perfekt. Vielen Dank, Herr Rath, dass Sie uns das alles so gut erläutert haben. Sehr gerne. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.